Was ist ein Impfstoff-Sacom? Das impfbedingte Sacom ist ein sehr büßartiger Krebs, der hauptsächlich bei Katzen auftritt, obwohl dies auch bei Hunden und Frettchen dokumentiert wurde. Dieser Zustand wird auch als impfstoffassoziiertes Sacom bezeichnet, und eine Reihe von Nationen haben Task Forces eingerichtet, um Fälle von impfstoffassoziiertem Sacom zu überwachen, um die Ursache des Zustands und mögliche vorbeugende Maßnahmen zu ermitteln verwendet, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass sich ein Impfstoff-Sacom entwickelt? Die beiden Impfstoffe, die am engsten mit impfstoffbedingten Sacomen assoziiert sind, sind der Tollwut-Impfstoff und der Impfstoff gegen das Katzenleukämin-Virus. Typischerweise tritt das Sacom innerhalb weniger Wochen nach der Impfung in Form eines schnell wachsenden Klumpens auf, der durch die Haut geschwürig werden kann. Das impfstoffbedingte Sacom ist für sein extrem schnelles Wachstum und seine Aggressivität berüchtigt und erfordert sofortiges Handeln. In einer Situation, in der ein Tierarzt das Vorhandensein eines impfstoffbedingten Sacoms vermutet, wird eine Biopsie durchgeführt, und die Katze wird einer Lumpectomie unterzogen, um das Sacom zu entfernen. Wenn die Biopsie positiv für das Sacom wirkt, wird die Operation fortgesetzt. Viele Tierärzte schneiden gut am Rand des Tumors ab, um sicherzustellen, dass sie nicht wiederkehren. Da Sacome aufgrund der Platzierung der Impfstelle häufig in der Nähe der Wirbelsäule auftreten, empfehlen einige Tierärzte Chirurgen, die mit der Arbeit an der Wirbelsäule vertraut sind. Nach der Entfernung des Sacoms können Chemotherapie und Bestrahlung empfohlen werden, um sicherzustellen, dass das Sacom beseitigt wird. Dieses Problem wurde erstmals 1991 erkannt und führte zu einer grundlegenden Reform der Impfprotokolle für Katzen. Verdächtige Inhaltsstoffe in Impfstoffen wurden ebenfalls identifiziert und verboten, um den Anstieg von impfstoffassoziierten Sacomen zu bekämpfen. Tierärzte und Katzenbesitzer werden außerdem aufgefordert, Fälle von Impfsacomen zu melden, um so viele Daten wie möglich zu erhalten. Das Risiko eines impfbedingten Sacoms ist real, aber Sie sollten sich nicht davon abhalten lassen, Ihre Katze zu impfen. Besprechen Sie mit Ihrem Tierarzt die für Ihr Haustier empfohlenen Impfungen gegen Katzen und fragen Sie nach seiner Meinung zur Häufigkeit der Impfung, einige Forscher vermuten, dass das Risiko für ein impfstoffbedingtes Sacom durch wiederholte Impfstoffe erhöht sein kann. Wenn Ihre Katze ins Freie geht, ist die Impfung gegen Felf und Tollwut nicht optional. Diese Krankheiten sind fürchterlich schmerzhaft und unangenehm, und obwohl das mit dem Impfstoff verbundene Sacom tödlich sein kann, ist das Risiko einer Infektion mit Tollwut oder Felf es nicht wert, einen benötigten Impfstoff auszulassen.